Servus, ich bin die Lucia aus Rosenheim von Oketano und wir sind jetzt auf der Frauenhütze bei der Tagung von Oketano im Schulgesport in der Sphäre. Schauen wir mal. Also unsere Klausurtagung ist sozusagen das Herz unserer Bewegung. Einmal im Jahr treffen sich alle Schüler in Deutschland, Österreich, die Coaches und wir vom Niendo-UG-Team, wir versuchen auch dazu zu kommen und neuerdings laden wir auch immer einen Gast aus Kenia ein. Und so trifft sich das ganze Netzwerk über drei Tage und tauscht sich aus. Schau mal, ich habe ja ein voll gutes Light-Öl, das super gegen Unreinheiten, authentische und trockene Haut, die wir einfach vor dem Schlafen auftragen. Wir benutzen das auch jeden Abend, sieht man aus, ist ja das sehr toll aus. Es ist wie eine Dusche, eine warme Dusche der Inspirationen, der Begegnung, der Ermutigung. Und ja, wir kommen voll energetisiert und voller Kraft und Ideen und Freude aus diesen Tagen und stemmen dann das nächste Jahr jeder an seinem Ort. My Endo bewegt! My Endo bewegt! My Endo bewegt! My Endo bewegt!